Dies ist die Geschichte von Thor Hangerdahl, der 1947 mit einem nachgebauten Indianerboot entlang des südlichen Wendekreises von Peru über den Pazifik nach Polynesien fuhr. Diese Reise war der Beweis für den Mut der Indianer, die unendliche Weite des Ozeans zu überwinden und allen Gefahrens und Trotz neues Land zu finden. Und ich mir nannte er sein Buch, aus Holz und Schilf gemacht, als alle sagten, das hält nie, da hat er nur gedacht. Noch draußen beim ersten Sturm war das Meer wild und weit und die Angst vor Nebel nie hinaus in die Einsamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und nur die Sterne der Nacht gelten den Weg übers Meer. Der Weltkontik, die Verwärts und erzielt das Hintermord. Freilichs, die Leise und die und nur die Sterne der Nacht gelten den Weg übers Meer. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!